So, jetzt holen wir die Oma ab, die hat angerufen, die wollte mal in die Stadt. Eieiei. 31. Das ist falsch. Ja? Bist du verrückt? Nee, du hast da gedrückt. Egal. Ich hab meine Brille nicht auf. Ja? Ja, ich bin's Hand. Hi. Hi. Ja, ja. Hallo. Hallo, Südrich. Hallo, schon fertig? Ja, sicher. Ja, ich hab' mal weiß, seit die ich lange fertig bin. Ja, das ist so viel, aber um Segel. Das ist ein Schichtwetter, ne? Ja. Ist doch mal so schön, ne? Och, und heute ist doch kalt, oder? Nee, 200 Euro in der Halle. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ich bringe mich increíblepi. Ich komm' mal rein, ich komm' mal ein bisschen.. Das黄 F لaker ist auch so ein Kracher. Ach, ihr müsst jetzt immer rein, ich bisher, wenn ich auch noch nicht.. Die Oma sucht ein Nachthemd mit langen Ärmeln. Ich sehe schon, die haben nur kurze. Bei Dealer. Da haben sie einen Schlaganzüge. Eieiei, halbe Stunde später. Zwei dicke Düten voll. Und habt ihr alles gekriegt? Alles gekriegt. Und noch viel mehr. Reicht wieder für den Winter. Schuhe. So, Didi und Oma werden auch Schuhe kaufen. Schon der zweite Schuhladen oder dritte. Ich warte mal hier und trinke mir einen Grugengold. Und gucken wir den Reiseführer München an. Wann wir nächste Woche dahin fahren. Eieiei. Hier sind die Klamotten von der Oma, die seine gekauft hat. Gute schön. Danke, ne? Schönen Tag noch auch so. Ich habe ganz vergessen meinen Kaffee. Die sind schon so lang. Ne, die hatten aber nachgezählt. Ja. Aber ist das denn nur... Wird es jetzt nur etwas damit zu tun, dass du einen Beschädigtenausweis hast? Oder hat er vielleicht keinen Zuschlag? Ja, ja. Es muss ja eine bestimmte... Es muss ja eng geworden sein. Es muss ändern sein. Ist das nicht für Ältere, dass die trotzdem Zuschlag kriegen? Ja, das habe ich auch gesagt. Ja. So sehe ich das auch. Aber dass die das abhängig gemacht hat, dass ich keinen Ausweis hatte. Das habe ich nicht verstanden. Ja, eben. Ich dachte auch. Davon abhängig. Das empfiehlt. Das ist Lachs, oder? Genau. Seelachs. 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 In Senfsoße. In Senfsoße. Mal gucken. Der Fisch. Mhm. Mode für die Dame. Ähm. In Paris. Das ist der größte Ort. An Sachs Haus. Nur noch die Außenfassade steht. Von denen wird ein neues Haus gebaut. Das haben wir hier früher gespielt. Und der Vollwerb. Alles ist lange her. So, der Tag geht zu Ende. Oh, du verbliebst nicht dabei. Jetzt mach die Tür auf. Du hast ja alles gekriegt, was du wolltest, ne? Ja. Sogar noch mehr. Ja, ja. Ich bin ja sicher, ich hab sogar Schuhe. Bist du? So, bitte. Also, gucken wir, ob ich das sage. Ja. Nein. Keine Pause. Ich muss ja aber hier gucken, ob der Prospekt von Regen, hier kann ich schon bei Regen, in der Nähe der Pläne, ne? Es ist aber der Nächste. Ja. Ja. Bei den günstminste sorry ... ... ... ... ... ... ... Vielen Dank.